Der erste Maschakt wird in Hüsnett, Side, Touch, Side, Touch, Quarter Turn, Kick, Back, Back. Für den nächsten Maschakt haben wir die linke Hand los und gehen die rechte Hand an. Jetzt nicht nach Haus, Quarter Turn, Halb Turn, Cross Behind, Quarter Turn Right. Mit dem nächsten Quarter Turn macht der Herr einen Quakebein und die Dame eine Einhörige dringend die rechte Schulter. Und jetzt in den Kopf, rechte Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt mit Musik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viel Spaß und nicht vergessen, Kopf hoch und lächeln.